Morgen! Hallo! Morgen! Hallo! Grüß dich! Hallo! Grüß dich! Grüß dich! Hat jeder eins? Dann? Wir haben einen fantastischen Wahlkampf gemacht. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Es waren unheimlich viele Genossinnen und Genossen unterwegs und haben dafür gekämpft, dass die SPD stärkste Kraft in diesem Land wird. Und jetzt werden wir erfahren, ob die Saarländerinnen und Saarländer dieses starke Regierungsmandat mitgeben, das wir von ihnen erbeten haben. Ja, gut. Dann werden die ganzen Masse blauen. Ciao! 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 Ciao!